Der 1. FC Nürnberg hatte lange Probleme bei Jan Regensburg, bis Kevin Möwald in der 78. Minute einfach mal abzog und mit einem Flachschuss den einzigen Treffer der Partie erzielte. Der Klub mit 6 Punkten und 4 zu 0 Toren an der Tabellenspitze. Regensburg wartet noch auf den ersten Punktgewinn. Jetzt gibt es noch zwei weitere Spiele in der 2. Liga. Greuther Fürth gegen Bielefeld. Die Partie ist genau 2 Minuten alt. Es steht noch 0 zu 0 und Aue gegen Düsseldorf. In 90 Minuten wird dann bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen das Finale zwischen Dänemark und den Niederlanden angepfiffen. Bayern 1 hält sie natürlich auf dem Laufenden. Sehr wahrscheinlich gibt es bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London heute die erste deutsche Medaille. Siebenkämpferin Caroline Schäfer ist nach sechs Disziplinen Dritte, hat aber im abschließenden 800-Meter-Lauf beste Chancen auf Silber. Zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidaten zählt am Abend auch Kugelstoßer David Stahl und vielleicht gelingt der Sprinterin Gina Lückenkemper ja eine Überraschung. Sie hat gestern zum ersten Mal in ihrer Karriere die 11-Sekunden-Marke geknackt. Und jetzt kompakt und zuverlässig das Bayernwetter auf Bayern 1.